Casinoverdiener von Spielern für Spieler Hallo, vielleicht habt ihr euch ja auch schon mal gefragt, was eigentlich die Vor- und Nachteile beim Online-Spielen sind. Wir haben uns mein Book of Ranae angeschaut, dass hier in beiden Welten ein richtiger Renner ist, also sowohl online als auch in Spielhallen, beim Imbiss oder in der Kneipe. Hier ist unsere Abrechner. Wenn ihr Anmerkungen habt, freuen wir uns immer über Beiträge im Casinoverdiener.com-Forum. Also beginnen wir mit dem Wichtigsten, dem Spiel. Und tatsächlich, wir haben die Book of Ranae Luxe-Version offline und online gefunden. Und auch Freispiele gibt es natürlich bei beiden Versionen. Kommen wir zur Auszahlungsquote. Diese sind aus bestimmten Gründen in der Offline-Welt niedriger. Personalkosten der Spielhallen werden natürlich vom Gewinn der Spieler abgezogen. Ein nicht unbeträchtlicher Teil bleibt aber auch als Steuerabgaben bei Fader Start. Diese Steuern fallen bei Online-Casinos dadurch, dass sie meist im Ausland sitzen, nicht an. Sie können also mehr Gewinn an ihre Kunden ausschütten. Das ist mit 96 bis 97 Prozent schon eine ganze Menge. Bonus. Beim Offline-Booker-Frau leider Fehlanzeige. Online kann man sich ganz einfach bis zu 200 Euro Bonus sichern. Und gerade wenn man ein Spiel noch nicht so gut kennt, bietet sich ein solcher Bonus natürlich an. Sicherheit. Ein pikantes Thema und sicherlich ein Reizthema in der Online-Welt. Aber auch hier Entwarnung. Bei beiden Plattformen ist das Book auf Reidelux spielen eine sichere Angelegenheit. Online-Bezahldienste wie Paypal oder Skrill sind einfach spitze, wenn es um Sicherheit im Zahlungsverkehr geht. Kundenvertrauen ist wichtig und wird gepflegt. Sehen, was andere so machen? Über die Schulter schauen? Verabreden zum Spielen? Offline in kleinem Rahmen möglich. Online auch kein Problem. Gratis-Kaffee gibt es nur in der Spielhallen. Klarer Punkt für Offline. Dafür ist Rauchen in Spielhallen verboten. Da freue ich mich als überzeugter Nichtrauchen natürlich. Trotzdem bin ich Befürworter des freien Willens. Daher geht der Punkt ans Online-Book auf Reidelux. Hier kann sich jeder selbst überlegen, was er während des Spiels konsumiert. Vorsicht mit Flüssigkeiten oder Asche auf der Just-Tatur. Die Multitasker unter uns müssen leider nach draußen in die Offline gehen. Online kann man immer nur ein Spiel gleichzeitig spielen. Für mich kein Problem, ich konzentriere mich lieber auf eins. Ebenso was den Stammautomat betrifft. Online eher schwierig, Offline kein Problem. Kann natürlich besetzt sein, dann einfach hinten anstellen. Kostenloses Spielen geht nur online. Sicherlich für die ganz unbeleckten Booker Brafens eine gute Sache. Wenn ich die Katze im Sack kaufen will, muss online spielen. Zwangspausen gibt es nur Offline. Sicherlich für den einen oder anderen eine gute Sache. Online gibt es diese Funktion noch nicht. Nochmal zur Einzahlung. Bargeld ist sicherlich die sicherste Einzahlungsmethode. Kenne ich allerdings nur noch vom Kao-Rummi-Automaten. Offline wird definitiv der Gewinner. PaySafe-Karte und Visa-Karte werden nur online angenommen. Darunter auch wie gesagt PayPal und Skrill und viele weitere sichere Anbieter. Wenn der Imbiss oder die Spielhalle geschlossen ist, dann gibt es auch kein Book of Rei Offline. Solange das Internet läuft, kann man Book of Rei Deluxe online spielen. Jederzeit klarer Punkt fürs Internet. Der Mindesteinsatz ist offline kleiner. Dieser liegt bei 10 Cent im Gegensatz zu 20 Cent bei der Deluxe Online Version. Hier geht der klare Punkt an Offline. Allerdings sollte an dieser Stelle auch wieder die Auszahlungsquote betrachtet werden, die ja bei der Online Version bis zu fast 40% höher liegt. Hier sollte jeder überlegen, wie er seine Einsätze wählt. Bei der Online Version habt ihr auf jeden Fall viel mehr Spielraum. Auch liegt der Maximalgewinn um ein kleines Vermögen höher. Soviel also zu unserer Abrechnung. Für mich bietet die Online Version von Book of Rei einfach mehr. Aber das ist sicherlich Privatsache, oder? Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, sucht uns einfach auf Casinoverdiener.com. Bis dann und gute Unterhaltung.